Moinsen und willkommen zurück bei Stratilic Minds Pacific. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier plötzlich auch noch Feindschiffe gesichtet. Deswegen ist mein Plan jetzt, dass ich mich mit meiner Flotte zurückziehe. Versuche mich mit meiner anderen Flotte da oben zu vereinen. Denn ihr seht, die sind jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand. Hier zum Beispiel, da hatten wir noch einen einzigen Trefferbund. Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwas ausrichten. Eins, drei. Ich weiß nicht, den verliere. Kann auch nicht mehr schießen. Mein Bomber geht nicht mal zurück. Da war ich noch vier. 0303. Warte mal, ich glaube, ich greife den erstmal an. Take it, bitch. Boom. Sehr schön. Fuel is low. Gotta do it fast. Fuel is low. Da müssen wir gleich mal flanken. Wir sind hoch in der Skye. Das ist hell. Wie in hell. Unsere Attitüte ist so verrückt wie unsere Altitüte. Ausmaneuvered. Gut, der Schmarrn ist okay. 0, 0. 1, 2. Ich gehe erstmal gucken, glaube ich. Oh. Oh, 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 oh. 2 Schlachtschiffe. Schwere Kreuzer. 2 Stück. Und 3 Zerstörer. Das macht keinen Sinn. Das schaffen wir never ever mit der Flotte hier. Zwei Zwei. Zwei Zwei. Zwei Zwei. Mobile Airfield at your disposal. Yo ho ho in a bottle of rum. Riskieren? Das ist natürlich risky, ne? We will rock your world. One volume of our shelling. More than my house. Okay. All systems are go. You can see us. Können wir den U-Booten angreifen. Solange die Kreuze uns nicht ausfindig machen. Aber warte mal. Wir können natürlich. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Zerstörer. Okay. Ne. Zerstörer. Scheiße. Zerstörer. Kann U-Boote jagen. Wenn die alles täuscht. Ja. 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 Ah. Fuck. Hm. Ähm. We aim for the sky. All systems are go. Loan Bullets, not altitude. Was ist auch noch Treibstoff? Was sehe ich denn das? Stärke. Geschädigt. Treibstoff. 30 hat er noch. Loan Bullets, not altitude. 2. Oi, oi, oi. You can see the world's harmony in the sky. Dafür schmied mir jetzt keine ab von. Ich glaube, ich schicke sie wieder hoch. Null. Woa. Sooo. We are the fastest. We fight. Escort ships are the glue that hold the Navy together. Sooo. Er ist ein DIN-Wurf. They won't escape. Going full speed ahead. Keep firing. Continue the onslaught. Conducting active search for enemy subs. Guarding the perimeter. Das ist auch weg. Gut. Okay, runde Bänden. Fuck. Ah, shit. Wollen wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Gut, okay, die sind schon mal nicht, äh, nicht hinterhergekommen. Das heißt, wir können jetzt, äh, Wiege machen. Yo ho ho in a bottle of rum. Fire! It's raining hell. Oh yes, we'll show them our main gun. We have an island on board, sir. This is the way to go. Hey! Where are our escort ships? If the infantry is the heart of the armed forces, the air force is their soul. Hey, we'll hunt them down. Eh, fuck. So. We'll carry you through this battle. Can't we just stay away and launch planes? No, 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 no. We're on the warpath. Aren't we supposed to carry planes not kill everyone? Der ist weg. 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 Landen. We reach for the stars. Und starten. Take it. Take it. Take it. Take it, bitch. 3, 1. We are high in the sky. Landen. 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 Kann es noch nicht landen. Und sind für die enemy. Es sieht sehr tief hier. Wenn wir dröhnen. Das muss man uns den letzten Aufklärer rausholen. Scheiße, sieht er den nicht. Fuck. Zeit, zu gehen. Auf. Den haben wir auch nicht eingeheizt. Der hat gesessen. Da kann ich mehr fliegen jetzt scheiße. Äh, was ist hier? haben wir ja wie es ist es ich habe mir das nehmen wir die nehmen sich aus bei augen da muss es ein bisschen der anfahrt schon ich habe dann da sehe ich noch nicht einfach auf da das auch nichts du noch landen okay kann man nicht die runde bänden gespannt dadurch sich jetzt wird die schweine ok jetzt ist der flugdeck wieder heile dann schicken wir den raus 1 4 warte mal dann schießen wir erst mal erst mal äh we prefer to keep our distance 1 3 we will rock your world mach den weg so 28 we're on a floating fortress 0 4 level ab hat er noch level ab gucken wir mal auf teiler denn biete plus 2 für andere für bühne da die jette aller marina gegen boden und marina zieht den sichtbereich des vorwärts beobachters immer mehr munition 33 optimisten blablabla ganz einfach anstatt den rumpf nä ach schick auf an fernkampf abwehr gewinnt wenn wir mindestens ein minuten von 2 wenn sie ein schiff zu ihrem hexer befindet behalten sie plus vier zu allen verteidigungen die hälfte der angriffsstrafe während der nacht ich nehme das kann ich in der nacht auch angreifen so we aim for the sky we're always on time ja jetzt können wir wieder raus 0 tf alter ganz zerbrechend wäre dann auch nur sie we deliver them one my tickets to help in god we trust haupt geschützt ist fast im arsch geil mal gucken vielleicht schaffen die dreier dass sie gegen die hier mhm escort ships are the glue that holds the navy together ist das überhaupt für den gegner infanterie ok ist ja nicht mehr viel ne die eine einheit dann müsste eigentlich tüte sein das ist die frage müssen wir es dann noch ein fünf noch also die die orte einnehmen oder haben wir dann geschafft so jetzt ziehen wir uns hier erstmal wieder zurück ja wir können natürlich nichts auftanken weil die hier in den häfen hocken scheiße die unten die w mir das ist das ist das ist wie ist du schwarzer es war das ist das was flugzeug muss erst mal auftanken gehen wenn wir es mal gut stehen ich hoffe das ist das crazy ist so ok runde bänden es war schon ehrlich ich habe hier die sau ich will das mal mit dem rausschießen zerstört nice so muss man ein schiff dann geil we reach for the stars könnten wir eigentlich ja wohl so jetzt gehen wir das ist so wie ein cool hat der klack okay die japanische peter lief vor der akkuriert runter und hält wieder aus reporting as order seeking out the enemy perfekt we prefer the keep our distance so gut dann würde ich sagen ja sind zwar nur 17 minuten jetzt aber machen wir schluss mit der folge der nächsten werden wir dann mal gucken über die zerstören ich meine die beinde wenn ich problem aber hier sind ja noch zwei kreuzer zwei schlachtschiffe und vor allem spiel kreuzer das wird nicht so einfach ja dann sage ich jetzt mal dankeschön fürs zuschauen und bis zum nächsten mal